Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Infovideo zum mir live mod und das ist tatsächlich das letzte Video was ich in meinen Sommerferien aufnehmen kann das heißt morgen beginnt für mich leider wieder die Schule und zwar in einem Ausmaß das den Mod nicht ganz unbeeinträchtigt lassen wird und zwar werde ich bis spätnachmittags in der Schule sein müssen was heißt dass ich nicht so viel am Mod weiterarbeiten kann dann ist die Hauptarbeitszeit eben am Wochenende das heißt manchmal kann es eben sein dass nicht so viele Sachen neu in einem Video sind ja wie dem auch sei ich werde euch jetzt erstmal zeigen was sich heute getan hat und zwar erst einmal der Bilderrahmen ihr seht es er gibt ein Video wieder und die Bilder sind vollständig skaliert und ihr seht auf dem Bild auch schon was als nächstes kommt und hier auch dieser kleine Lichtkreis nämlich und der Lamborghini und den zeige ich euch jetzt mal und zwar kann man den ganz normal setzen und er ist immer noch ein wenig Buggy eben war er das zumindest als ich das erste Mal aufgenommen habe ich drücke jetzt mal Enter, setze mich rein so wunderbar sitze ich drin ähm und jetzt kann ich ganz normal lenken fahren und ja ich bleibe einfach auf der Erde sitzen ja vorne sieht man jetzt einen Lichtkreis und er fährt auch sehr viel flüssiger und geht auch flüssiger in die Kurven und hört jetzt auch auf zu fahren wenn man nicht weiter drückt so ich drücke jetzt nicht mehr und der rollt aus so jetzt haben wir hier so einen kleinen ferngesteuerten Lamborghini das ist natürlich nicht Sinn und Zweck der Übung aber naja ich hoffe ich kann das bis zum Release nächste Woche Samstag noch vollständig fixen das war es jetzt auf jeden Fall für dieses Infovideo ich hoffe es hat euch gefallen freue mich auf jeden Fall über Kommentare, Vorschläge, Likes und Abos gleichermaßen wir sehen uns beim nächsten Mal wieder das ist morgen dann wahrscheinlich wenn ich schon neue Sachen habe ansonsten werde ich da ein Ark Survival hochladen wenn es nichts Neues zum Mod gibt wir sehen uns auf jeden Fall dann wieder bis dahin, lass die Welt heile, macht's gut